Es gibt für eine Stationierung von NATO-Kräften an der Grenze Russlands gar keinen Anlass. Weder die baltischen Staaten noch Polen werden bedroht. Der Konflikt findet in der Ukraine statt, die kein NATO-Mitgliedstaat ist. Die Ukraine und Russland sind Bruderländer. Jetzt ist die Ukraine gespalten. Russland unterstützt die progressiven Kräfte, die den Widerstand gegen den Faschismus anführen, was verständlich und gut ist. Was wir zur Zeit erleben, ist der Versuch, die Situation auszunutzen, um eine dauerhafte NATO-Präsenz in der Region zu gewährleisten. Erasmussen eskaliert die Situation, indem er die NATO-Kräfte Richtung Russlands Grenzen verschiebt. Dies läuft den Prinzipien der friedlichen Koexistenz zuwider. Die NATO wirft Russland Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine vor. Tatsache ist aber, dass vier Jahre lang die USA durch verschiedene NGOs Gelder in die Ukraine investierten, ca. 5 Milliarden Dollar, um eine sogenannte Zivilgesellschaft zu errichten, wie die US-Regierung offiziell zugibt. Und jetzt unterstützt die NATO durch Technologien und Berater die Gewaltanwendung im Osten der Ukraine. Für uns ist dies eine Eskalation der Lage. Die NATO verfolgt ihre eigenen geopolitischen und strategischen Interessen. Wir werden uns mit dieser Entwicklung nicht zufrieden geben. Wir wollen Frieden und werden dafür im Parlament kämpfen. Wir wollen Frieden und werden neue Ton beides gobierno in der Ukraine lasst Service. Vielen Dank.